Können wir jetzt bitte mal das Video sehen. Diese neue Phase interplanetarer Wirtschaft wird mit dem nächsten himmlischen Nachbarn der Erde beginnen, dem Mond. Die Industrialisierung des Mondes dient als Testfeld für die produktive Tätigkeit des Menschen im All. Dazu gehört die Errichtung grundlegender Industrien, um Einrichtungen auf dem Mond aufzubauen und einige wertvolle Güter zur Erde zu exportieren, zum Beispiel das auf der Erde seltene Isotop Helium-3. Die Bewirtschaftung des Mondes wird in Phasen voranschreiten, angefangen mit kernkraftbetriebener Forschung, Bergbau und Industrieanlagen. Ohne eine Biosphäre, die Mineralien konzentrieren könnte, werden die hohen Energiedichten der Kernspaltung sowie bald der Kernfusion zur Verarbeitung großer Mengen an Mondmaterie unverzichtbar, für den Export von Rohstoffen zur weiteren Verarbeitung in Fabriken im Mond- oder Erdorbit, für die Verfrachtung von Sauerstoff, Lebensmitteln und anderen Verbrauchsgütern für Reisende auf dem Weg zum Mars oder noch ferneren Zielen und zur Lieferung von Halbfertiggütern, die im Mondorbit für Raumschiffe und deren Ausrüstung gebraucht werden, die für den Mars bestimmt sind. All das unterstützt durch eine integrierte Mondinfrastruktur. Mit chemischen Brennstoffen beträgt die Flugzeit zwischen Erde und Mond einige Tage, mit Kernspaltungsantrieb jedoch bloß Stunden. Damit wird ein beträchtlicher Tagesverkehr von Fracht- und Personenraumschiffen zwischen der Erde und dem Mond möglich, die auf eine wachsende Rauminfrastruktur von Kommunikationssystemen, Kraftstofflagern, Forschungsstationen und Produktionsanlagen zurückgreifen kann. So wird sich der Tätigkeitsbereich des Menschen von der Mondoberfläche durch den Raum zwischen der Erde und dem Mond zur gesamten Erdoberfläche, einschließlich derzeit lebensfeindlicher Regionen wie Wüsten, Polargegenden und Meeresgründen ausdehnen, die durch die Technologie der Raumfahrt zugänglich gemacht werden. Sobald die Wirtschaft auf dem Mond unabhängig wird, werden auf der Grundlage der Industrialisierung des Mondes neue Städte und damit neue Kulturen entstehen, womit de facto der siebte Erdkontinent geschaffen wird. Der Mond wird die erste extraterrestrische Heimat des Menschen. Nachdem der Mensch die Industrialisierung des Mondes erfolgreich vorangetrieben hat, wird er seinen Blick auf die erste interplanetare Mission richten. Zum Mars. Also ich zitiere nochmal Kraft Erike. Das Konzept der Raumfahrt trägt eine enorme Wirkung in sich, weil sie den Menschen in praktisch jedem Aspekt seiner physischen und geistigen Existenz herausfordert. Die Idee, zu anderen Himmelskörpern zu reisen, reflektiert in höchstem Grade die Unabhängigkeit und die Beweglichkeit des menschlichen Geistes. Sie verleiht den technischen und wissenschaftlichen Unternehmungen des Menschen die höchste Würde. Und vor allem berührt sie die Sichtweise seiner Existenz selbst. Infolgedessen missachtet die Idee der Raumfahrt nationale Grenzen, sie weigert sich Unterschiede der historischen oder ethnischen Herkunft anzuerkennen und sie durchdringt das Gewebe des einen soziologischen oder politischen Glaubensbekenntnisses so schnell wie das nächste. Also mit anderen Worten, wenn wir die Eurasische Landbrücke als Kernstück der Rekonstruktion der Weltwirtschaft beschließen, dann muss das beinhalten eine Verpflichtung für die Raumfahrt. Es gibt bisher zehn Nationen, die absolut das zu ihrem Programm gemacht haben, also wenn man Europa als eine Nation zählt. Deshalb muss diese Entwicklung eine hohe Priorisierung haben, weil wir brauchen, um aus dem Strümmerhaufen der letzten 40 Jahre neoliberaler Politik herauszukommen, brauchen wir schnelle Raten von wissenschaftlichem Fortschritt und das ist eigentlich durch so einen Wissenschafts-Science-Triber, also durch so einen Motor von Wissenschaft, wie es eben die Raumfahrt ermöglicht, auf die beste Weise möglich. Ich möchte jetzt abschließend die drei Fundamentalsätze der Astronautik so gewissermaßen als Motto für die nächste Zeit von Kraft Erike Ihnen vorlesen. Niemand, erstens, niemand und nichts in den Naturgesetzen des Universums legt dem Menschen irgendwelche Beschränkungen auf, außer der Mensch selbst. Zweitens, nicht nur der Erde, sondern das gesamte Sonnensystem und so viel vom Universum, wie er innerhalb der Naturgesetze erreichen kann, ist das angemessene Feld für die Aktivitäten des Menschen. Indem er sich im Weltall verbreitet, erfüllt der Mensch sein Geschick als Element des Lebens, ausgestattet mit der Macht der Vernunft und der Weisheit des moralischen Gesetzes in sich selbst. Drittens, das war der Dritte. Also in dieser größten Krise in der Geschichte der Menschheit, denke ich mal, können wir nicht mit irgendwelchen pragmatischen Nebenlösungen aus der Krise rauskommen, sondern wir müssen uns, und das ist in der Tradition von Nikolaus von Kuhs, von Kepler, von Leibniz und anderen großen Humanisten der europäischen Geistesgeschichte, wir müssen uns auf die höchsten Ideale besinnen. Und nur daraus können wir die Kraft nehmen, um mit der jetzigen Lage fertig zu werden und einen positiveren Zeitabschnitt in der Geschichte einzuleiten. Vielen Dank.